Habe ich da hinten noch was übersehen? Nein. Muss ich da jetzt vielleicht wieder komplett zurück? Ich muss doch bestimmt... Scheiße, hier liegt nirgendwo mehr eine Spritze. Okay, ich glaube, dass der nächste Tod steht bevor, weil ich habe keine Spritze mehr und... Ja, das ist ja auch toll, dass man jetzt sieht, dass man hier einfach so vorbeischlawenzeln kann. So, jetzt ist er gleich tot. Alter, jetzt... Lauf! Wieso ist jetzt hier alles grün? Los! So, hier ist alles grün. Heilt die sich jetzt wieder, oder? Boah, das sieht schon... ...sehr freundlich aus. Komme ich hier jetzt vielleicht wieder hoch? Boah, das überlebt die nicht. Boah, das überlebt die nicht. Das überlebt die niemals. Aber ich bin, ehrlich gesagt, überfragt, was ich machen soll. Natürlich. Ja, wir sind wieder ein weiteres Mal gestorben. Zurück zum Kontrollpunkt. Ja, die Frage ist, was machen wir, was müssen wir da jetzt machen? Ich weiß es, ehrlich gesagt. Ellen ist ausgelöst. Ja. Wir sind ausgelöst. Die Metro sind auf Automatik-Pilot. Es gibt eine, die alle 15 Minuten laufen. Du musst nur nach einer gehen. Geh die Nordline, sieben Stationen. Es gibt eine Entrance direkt ins Krankenhaus. So, dann mal das mal schnell ab. So, dann kommst du wieder mit Mädchen. Durch, zu durchbrechen und mit ihr, äh, ja. Das konnte ich jetzt auch alles ganz so schnell lesen. Okay, Amy. Wir müssen auf den Rücken gehen. Du kannst es machen. Bla, 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 bla. Hier wieder hoch. Ja, lass das Mädchen nur da unten stehen. Jetzt komm. Alter. So, kletter mal da hoch. Und dann kletter nochmal hier hoch. So, jetzt da oben. Darüber springen geht wahrscheinlich nicht. Ich durchbreche erstmal mit der Kleinen hier das, das hier wieder. Du hast es geschafft. Bravo, Amy. So, mit dem Knöpfen da oben kann ich den Aufzug da hinten runterlassen. Was mir das bringt, weiß ich nicht, weil ich nicht wieder hoch lassen kann. Oder muss ich etwa Amy da oben stehen lassen? Das wäre, das wäre natürlich... Alter, das wird doch nichts. Das ist bestimmt der falsche Denkansatz, den ich gerade habe. Nein! Falscher Knopf gedrückt. Ach, du Heilige. Das ist gut. Jetzt warte hier, ich werde nicht lang. Scheiße, und jetzt muss ich mich aber beeilen hier. Komme ich da von hier? Scheiße, von da komme ich ja gar nicht mehr ran. Na, jetzt klettert er hoch. Ja, aber sie hat auf jeden Fall gesagt, sie soll da warten. Also ist das schon mal gar nicht so verkehrt. Ah, okay. Ich komme von da also noch ran. Gut, dann lässt sie den Aufzug runter. Okay, dann müssen wir jetzt aber ganz schnell hier rüber. Boah, das wird eng, das sage ich euch. So wie die Lebensenergie jetzt gerade im Moment aussieht, wird das sehr eng. Gut, wenigstens... Alter. Ich habe solche... Eil dich. Scheiße. Runter. Okay, ich muss mich gerade ein bisschen... Ich brauche die Spritze, die hier liegt. Okay, Alan. Ich werde den nächsten Zombie fragen, wo er geboren wurde, bevor er mich beitzt hat. So. Moment, da geht's noch. Alter. Du sollst langsam. Wieso ist jetzt hier eigentlich... Das leuchtet hinten eigentlich gerade grün. So, jetzt kannst du die Spritze mal nehmen. Gut, dann kannst du hier an der Seite vorbeischleichen. Lag hier noch irgendwo ein Stock? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ach ja, da lag er hier oben. So, dann wieder hier hochklettern und Stock mitnehmen. Und dann müssten wir von hier... ...der Amy den Befehl geben, dass sie uns hochfährt. Wenn ich denn von hier den Befehl geben kann. Tatsache. Tatsache. Ist ja unglaublich. Ansonsten. Wösch. Wösch. Sieht aus. Sich so in einen Dämonen verwandelt. Hm. Was ist das? Aufnehmen? Nein, jetzt. Alan, es ist mir. Ich glaube, es sollte sich sein, dass das Sicherheitssystem in diesem Auto verbrechen lassen können. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Es manipuliert deine Genie. Ich weiß nur nicht, wie es funktioniert, wie es den Pattern fließt. Warum hat es nur ein paar Menschen und nicht andere. Du wirst mich erwarten. Verdammt! Okay, dann machen wir mal. Ja! Scheiße, wo sind denn die? Ich seh die kaum. Scheiße! So, seh ich die von hier? Scheiße, ich seh die nicht. Das muss ja eigentlich da, so. Den da kann ich auf jeden Fall... Alter, das ist doch... Alter, das geht doch gar nicht! So, ach, ich kann das steuern. Jetzt habe ich es verstanden. So, jetzt! Scheiße, Spritze! Scheiße! Alter, jetzt! So, den muss ich jetzt auch noch. Na, komm schon. So, die sind erledigt. Und ich bin gleich tot. Wenn ich noch einen Schlag bekomme, dann bin ich tot. Halt! So... Natürlich! Wie soll es denn auch anders sein? Das kleine Kind ist so dumm und schubst es mir direkt in die Arme. Alter, du leckst mich doch am Arsch! Haha, ich will den ganzen Weg die Nummer laufen! Los jetzt! Okay, es geht von hier wieder. Gut, jetzt machen wir das alles ein bisschen schneller. Ich rede jetzt einfach drüber, weil das haben wir ja schon mal alles gehört. Das muss ja jetzt nicht nochmal sein. Hört! Dein Schlapp-Sycle wird wirklich wirklich ausgelöst sein, wenn du... So, hier hochklettern. Schlapp ist das letzte Ding auf meinem Geist jetzt, Ellen. Hast du nichts gelernt? Oder was haben wir erwartet? Verdammt! Und sehen, ob wir nicht... Ja, gut, kennen wir alles schon. Jetzt, bitte! Los jetzt hier! Ich will Action! Na, jetzt! Und ran hier! Und gleich nochmal! Nein! Scheiße, geht das überhaupt? Kann ich die so töten, oder...? Ich probier's einfach mal, die so zu töten. Scheiße! Alter! Boah, leck mich am Arsch, ey! Das wird doch wieder nicht... Ich habe ja schon einmal gewonnen! Ich hab dich! Du bist ja gelieignet? Sie sind schon mal wunderschön. Ich bin echt. Ich bin echt.